So, wir haben einen Fan des Tages hier, Lara, die habe ich euch vorhin so vorgestellt. Lara, wie ist es denn hier so auf der Bühne mit denen? Gut, kannst dich dran gewöhnen. Ja. Na Gott sei Dank. Und hast du auch eine Frage an die vier? Ja, ähm, wie kamst ihr dazu, zum Casting zu gehen? Gab kein Casting. Ja, wie? Also, die Sache ist, dass wir nicht zum Casting gegangen sind, sondern wir waren vorher schon... Das Casting ist zu Ihnen gekommen. Die haben sich Ihnen aufgedrückt und haben gesagt, bitte, bitte, bitte. Ne, also es war so, wir waren vorher schon in dem Management tätig, die uns auch jetzt managen und kannten uns daher auch schon vorher. Wir waren halt in den verschiedenen Bereichen Model, Tanz, Gesang. Oh, da fällt, fällt, fällt. Ja, auf jeden Fall kam das dann dazu, dass das Management zu uns gesagt hatte, ähm, hey, ihr vier, ihr passt gut zusammen, macht das doch mal. Und so sind wir jetzt hier auf der Bühne. Also, die mussten sich nicht wie manche anderen Popstars durch 50 Sendungen quälen, bei denen sie von irgendwelchen älteren Herren rund gemacht wurden, sondern die wurden direkt, ja, ist doch, direkt befördert. Das ist auch ein ganz gutes, vielleicht auch der bessere Weg. Man weiß es nicht. Naja, also, deine Frage beantwortet. Ja. Sehr gut, dann ist das unser Fertnistag. Also, du kriegst noch ein Plakat mit, ist ein echtes, ich beweis jetzt mal ganz kurz, mit Unterschriften. Kannst du die gleich wieder aufrollen und mitnehmen. Und für alle, die jetzt auch, oh, oh, jetzt geht es mal los.